Mittlerweile investiere ich über 10.000 Euro pro Jahr in einen einzigen ETF. Und das sind immerhin mehr als 10.000 Euro, als ich es in meinen 20er Jahren jemals gemacht habe. In diesem Video erfährst du meine monatlichen Sparraten und wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. So, liebe Freunde, heute mein anderes Tool, um euch mein Portfolio bzw. mein Depot zu zeigen. Deswegen, abseits von Portfolio Performance, nutze ich noch Parkett, was ich recht schick gemacht finde. Und ja, schauen wir direkt mal rein, was wir hier sehen. Ich habe hier natürlich nur den Nasdaq 100 ETF, genauso wie den Portfolio Performance. Hat zum heutigen Datum einen Depotwert von ungefähr 156.000 Euro, seitdem ich angefangen habe, 2019 bei 0 Euro. Ist aber nur relativ gesehen, weil ich hatte einen Tag direkt mal knapp 40.000 Euro reingesteckt, wie ihr hier seht. Das waren meine Initialersparnisse, die ich reingepackt habe. Hatte noch ein bisschen in der Rückhand und wollte mal schauen, nachdem ich zuvor schon im MSCI World und Emerging Markets investiert hatte, wie das mit dem Nasdaq vorangeht. Daraufhin ging es auch erstmal ordentlich runter. Und ich habe entsprechende Sparpläne gehabt, die ich laufen gelassen habe, obwohl es runterging. Dazwischen kam auch noch ein bisschen Corona-Crash etc. Und wir gucken uns mal jetzt unter Letzte Aktivitäten an, was sich so getan hat, seit ich angefangen habe. Ihr seht hier, Kursgewinne zum heutigen Datum sind knapp 57.000 Euro, realisiert davon 3.000 Euro. Mein Investment liegt bei knapp unter 100.000 Euro und entsprechend ist halt der Gesamtwert. Sehr interessant, an Gebühren habe ich bis jetzt 83 Euro gezahlt. Dividenden keine erhalten, weil ich natürlich einen thesaurierenden ITF habe, Steuern nur vorab steuern, aber ansonsten keine durchrealisierte Gewinne, weil ich natürlich immer meinen Steuerfreibetrag bis jetzt ausgenutzt habe. Dann lasst uns mal schauen, alle Aktivitäten, seitdem ich angefangen habe. Lass mal gucken, ob ich das sortieren kann. Sollte eigentlich klappen, aber mir wird hier das Neueste angezeigt im August. Also scrolle ich einfach komplett runter und zeige euch erstmal hier. Damals habe ich Anteile gekauft, 107 Stück knapp, für einen Preis von 376 Euro, der Kurs. Was heutzutage echt ein Schnapper war. Wenn du siehst, dass der Kurs heute bei 700 und ein paar zerquetschte ist, können wir gleich mal hochscrollen. Jedenfalls, das war mein Initialwert. Da habe ich knapp 40.000 Euro, also 40.333,8 Euro, um genau zu sein, habe ich da investiert. Daraufhin ging der Markt ein bisschen runter und ich dachte mir, ich habe noch ein bisschen Geld und schieße dann entsprechend nach. Das waren knapp vier Anteile zum Preis von 357 Euro. Das war ein Gesamtbetrag von 1.500 Euro, die ich investiert hatte. Und danach lief es eigentlich ganz stabil weiter mit 700 Euro, die ich dann laufen gelassen habe bis Ende 2019. Und zum Ende des Jahres habe ich dann nochmal, oder zum Anfang des neuen Jahres, den Sparplan erhöht. Habe dann einen neuen Kauf getätigt von 1.500 Euro und hier entsprechend dann auch nochmal nachgeschossen im Februar, nachdem ich einen Steuerfreibetrag ausgenutzt hatte, dann nochmal zu den Kursen 477 und 505 Euro entsprechend nachgeschossen, weil ich etwas Geld übrig hatte. Und du siehst dann halt, mit dem Corona-Crash, wo es dann nochmal ordentlich nach unten ging, habe ich mir gedacht, erhöhe ich meine Sparpläne mal. Ja, das war jetzt zu dem Zeitpunkt recht ungünstig, da so viel Geld zu investieren, aber wie gesagt, man weiß es einfach nicht, wann der Markt crasht. Ich habe es erst danach so richtig realisiert, mein erster größter Crash, ich glaube für viele andere natürlich auch. Und ja, dadurch, dass ich noch ein bisschen Ersparnisse hatte, die längerfristig investiert werden konnten, habe ich entsprechend die Sparpläne manuell erhöht. Und du siehst hier, 2.000 Euro damals hier nochmal investiert, als der Markt runtergestürzt ist, als es noch weiter ging. Da war ich mir nicht ganz sicher natürlich. Habe aber trotzdem 1.700 Euro freigemacht, zum Kurs von 407 Euro dann nachgekauft, Vieranteile und da dachte ich mir, okay, das könnte jetzt wahrscheinlich eher länger dauern und habe dann weiter meine Sparpläne mit 1.500 Euro im Jahr 2020 laufen lassen. Dann ging es entsprechend weiter. Im September siehst du dann hier, habe ich nochmal eine Zahlung etwas erhöht oder einen Sparplan auf 1.620 Euro und so ging es dann halt weiter bis Ende des Jahres, wo ich dann ein paar Anteile verkauft habe und den Steuerfreibetrag am Ende des Jahres nochmal auszunutzen. Dann schauen wir uns jetzt mal weiter 2021 an. Da habe ich die Summe entsprechend wieder reinvestiert im Nasdaq 100. Im Januar 5.000 Euro und dann nochmal 5.000 Euro, also innerhalb von 2 Monaten nochmal 10.000 Euro direkt am Anfang des Jahres investiert. Du siehst aber auch, die Investment-Summe oder beziehungsweise den Kurs, der war schon deutlich teurer und da habe ich einfach ordentlich Geld nochmal reingesteckt. Die Folgemonate, einmal ging es nochmal wieder runter im März und dann aber im April schon wieder zu neuen Alltime High, wo ich dann 2.500 Euro investiert hatte und dann 1.500 Euro wieder konstant, so ab dem Halbjahr so herum, also hier Mai, Juni, Juli und das war dann auch der Betrag. Den ich dann bis zum Oktober durchgezogen habe. Im August letzten Jahres kam es so und entsprechend war der September nochmal ein letztes Mal mit der hohen Summe für uns 1.500 Euro und danach musste ich das Ganze anpassen, weil klar, wir haben zwar Rücklagen und zu dem Zeitpunkt war es vollkommen ausreichend, aber vorausschauend darauf, dass ein Kind natürlich bis zum 18. Lebensjahr eine kleinere 6-stellige Summe kostet, muss man dann auch rechtzeitig anfangen, was beiseite zu legen und ja, aktuell hat man dann auch sowieso noch zusätzlich Kosten und ein geringeres Einkommen dadurch, dass meine Frau dann weniger arbeitet, ist das natürlich alles zu berücksichtigen und so bin ich von der Investmentrate auf 800 Euro wieder runtergekommen, was aber auch schon mehr war als die 7.000 Euro, die ich dann am Anfang hatte, um zum Ende des Jahres wieder ein bisschen mitzunehmen, um den Steuerfreibetrag dann halt auszunutzen zum Kurs von 825 Euro verkauft, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch Alltime High war, lass mich mal zurückschauen, ja, Alltime High und dann hatte ich aber das Glück, dann auch im Januar wieder ein bisschen günstiger mich einzukaufen mit 4.000 Euro dann, also die Summe, die damals ich verkauft hatte, plus 1.000 Euro, da gaben die 4.000 Euro, die dann auch wieder für mich mitarbeiten konnte, ich sehe aber, dann ging es im Februar 2022 wieder etwas runter und seitdem befinden wir uns natürlich in der aktuellen Phase, wo es dann stetig weiter runterging und immer schlechter wurde. Die Raten sind konstant bei 800 Euro, so um den Dreh gewesen, wie ihr hier seht und zuletzt, jetzt für den aktuellen Monat, habe ich es auf 835 Euro erhöht. Das ist eine ganz krumme Zahl, dann fragst du dich wahrscheinlich, wieso. Ich habe einfach 10.000 Euro, die ich auf jeden Fall in Zukunft investieren möchte im Jahr, durch 12 geteilt, dann kommt ungefähr gerundet 835 Euro im Monat heraus. Wenn man es genau nimmt, müsste ich dann auf den Cent nochmal schauen, wie viel das genau wäre. Ich habe ja hier einen Taschenrechner zur Hand und sage dir, 10.000 Euro geteilt durch 12 ergibt 833 Euro und 33 Cent. Das heißt, ich bin etwas über der ausgerechneten Investmentrate, die 2 Euro oder Parzal quetscht, nehme ich natürlich auch noch mit, weil das geht alles in die zukünftige Rendite mit rein. Ja, so sieht es aktuell aus. Je nachdem, was noch passiert, muss ich natürlich noch anpassen. Wir haben einen harten Winter vor uns. Da spare ich aber auch schon separat mit, für die Gasrechnung, für Strom, was da alles kommen wird. Inflation haut total rein. Und ich bin einfach mal gespannt, wie ihr das Ganze in der Zeit gehändet habt. Wie lange investiert ihr schon? Hinterlasst mir da einfach mal einen Kommentar. Das würde mich halt natürlich mega interessieren. Jetzt aber noch einen Blick in Portfolio Performance hier rüber. Und da ist von der Grafik her schön zu sehen, das Gleiche auch in der Auflistung hier, wie ich investiert habe, wie ich gekauft habe und zu welchem Kurs. Aber noch interessanter finde ich einfach diesen Verlauf, seitdem ich angefangen habe, wie einerseits der Einstandspreis immer weiter gestiegen ist, dass ich teurer eingekauft habe. Dann gibt es hier größere Sprünge, wo ich dann halt etwas mehr investiert habe und der Preis natürlich dann dadurch auch gestiegen ist. In Rot die jeweiligen Verkäufe zum Jahresende. Und du siehst einfach, ich mache das in regelmäßigen Abständen, egal ob Crash ist, hier oder da. Da wird einfach wirklich von mir eisern durchgezogen und entsprechend kommt eine schöne, ordentliche Rendite raus, wie du hier gesehen hast. Knapp 58% bis jetzt. Interner Zinsfuß knapp bei 22%. Kursgewinn ungefähr 57.000,500 Euro. Ja, das ist schon eine ordentliche Summe. Wie ich finde, einfach an Kursgewinn, trotz zwei großen Dips und Crashes, die man hat. Ja, vielleicht geht das hier noch etwas länger, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, das Depot, wo es heute steht, wird auf jeden Fall in ein, zwei Jahren nicht mehr dastehen, sondern deutlich höher. Und wenn es dann tatsächlich etwas länger dauert, dann weiß ich aber, in zehn Jahren werde ich auf jeden Fall die 200.000 geknackt haben. Und mal schauen, wann oder wie es dann noch weitergeht. Der Zinsessence-Effekt, der ist wirklich sehr unterschätzt. Die meisten verstehen es nicht, wie aus einer kleineren Summe so eine große Summe werden kann. Und ich bin, wie du siehst, mittlerweile drei Jahre dabei. 40.000 Euro Initialinvestment. Und schau an, sieh an, was dabei rauskommen kann. Wenn man tatsächlich einfach mal wirklich konzentriert und stetig weiter investiert, seine Sparpläne erhöhen kann. Und, ja, zusätzlich einen Boost einfach von der Börse bekommt. Das ist dann wirklich nicht vergleichbar einfach mit Tagesgeld oder Festzinskonto, wo du fast Minuszinsen oder Nullzinsen bekommst. Im aktuellen Umfeld gibt es wieder ein bisschen mehr Geld, aber das ist nicht vergleichbar mit Investments an der Börse. Ich weiß, dass jeder Mensch ganz andere Lebensumstände und Voraussetzungen hat zu investieren. Und umso wichtiger ist es mir einfach zu zeigen und die Inspiration zu geben, wie ich durch verschiedene Lebensphasen durchgehe, es schaffe, meine Finanzen in den Griff zu bekommen, einen großen Teil davon anzusparen und als Königsklasse natürlich dann auch zu investieren. Ich habe für meine Verhältnisse relativ spät angefangen und umso wichtiger war es mir dann, als ich gemerkt habe, die Zeit spielt für mich, dass ich einen ordentlichen Teil meiner Ersparnisse schon wirklich investiere und in den Markt reinbringe. Ich hatte anfangs sehr hohe Sparraten bzw. erst niedrige, um mich ranzutasten. Als ich mehr Sicherheit gewonnen habe, habe ich natürlich auch mehr investiert. Da kam der Corona-Crash ganz gut, dass ich entsprechend mehr Anteile ergattern konnte. Und mittlerweile durch meinen Sohn haben wir natürlich die Anpassungen vornehmen müssen bzw. ich musste dann schauen, dass die Balance gehalten wird und ich nicht zu viel investiere, was natürlich gerade bei der heutigen Zeit mit einer sehr hohen Inflation viel mehr kostet und gerade die Kosten eines Babys sind ein bisschen, ich sage mal, nicht wirklich straight kalkulierbar für mich. Deswegen ist es für mich eine große Herausforderung, da die Balance zu halten. Du siehst, wie viel ich jetzt mittlerweile im Monat, im Jahr investiere. 10.000 Euro ist eine schöne, ordentliche Summe für mich, die man auch erstmal monatlich ansparen muss. Und ich denke mal, jeder muss für sich seinen Sweet Spot, seine Summe finden, mit der er gut zurechtkommt, weil gerade die Summe, die du an die Börse bringst, die wird natürlich ordentlich schwanken, gerade in der heutigen Zeit. Nur wenn du dann wirklich den Fokus in Zukunft hast und weißt, was aus der heutigen Summe entstehen kann, dann wirst du auch motiviert dranbleiben. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Weg wieder einmal aufzeigen, gerade weil ich noch am Anfang stehe, wie sich das Ganze entwickeln kann, wie du natürlich in diesen Marktsituationen ganz cool bleiben kannst und dich darauf fokussierst wirklich, deine Sparsummen konstant zu halten, am besten zu erhöhen und ansonsten einfach gechillt dabei zuschaust, wie dein Vermögen nach und nach wächst. Ich hoffe, dir hat das Video wieder gefallen. Hinterlass mir ein Like und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Gesund und munter und dann wieder mit einem neuen spannenden Thema in Sachen E-Tefs und wie ich meine Finanzen handhabe. Alles Gute, bis dahin, dein Kai. Tschüss, bis dahin, dein Kai.